Einfaches Tutorial für eine Burg. Okay, schauen wir mal. Also zuerst baute die Umrisse, so wie ich es gemacht habe. Okay, okay, das gehe ich noch hin. Ja, ja, sieht doch schon mal gut aus. Danach baute ihr den Boden aus Holz. Okay, okay, der Boden. So, ja, ja, es wird was. Dann zieht ihr die Wände hoch und danach kommt der leichteste Teil. Wände hochziehen, okay. Okay, das habe ich. Und was kommt jetzt? Jetzt verschönert ihr die Burg mit ein paar Blöcken hier und da und so sollte es dann im Endeffekt aussehen. Höh? Oh, was? Ei, nee, das kann er doch nicht ernst meinen. Und das ist eigentlich...